Scheiße! Kacke! Mann! Genau! Aaaaah! Hahaha! Yo Leute! Motorvlog mit! Was ist das? Ist warm quasi! Ne, ist schon der 25er oder? Ja, 50er! 50er! Kranz! Immer noch meins! Aber... Hüpft mich nicht! Ja, Laubhelm! Hebt er mich am Rucksack fest? Ich glaube ich spinn! Leck mich am Arsch! Ja! Wir fahren jetzt... Wohin? Irgendwo da? Warum fällt er jetzt so weit hinten? Wohin! 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 Genau! Ah! Mann, Alter! Will auch so viel Power! Ja! Hallo! Ja! Ja, viele haben gesagt ich soll mal mit dem Video machen! obwohl ich schon öfters mit ihm ein Video hatte oder wo er war halt im Video da hast du halt keine Chance ja, fahr ab fahr ab ja, heute ist es angenehm, das Wetter abonniere den auf nicht auf Instagram nee, abonniere den auf Instagram wenn er die 1000 Abos hat, macht ein Gewinnspiel um Geiles er ist unten verlinkt, zuckt vorbei bei mir natürlich auch, aber ja, das wisst ihr ja mein Radlager ist hinten am Ass Kollege oh 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 可能en kann man wieder nicht fahren Ich finde so das Wetter eigentlich perfekt. Es ist einfach nur, wie viel Grad haben wir, 20 Grad oder so. Finde ich geil oder vielleicht ein bisschen mehr. So kann man gechillt fahren und scheiße bauen. Ich hoffe, es klappt auch mit meinem Mikrofon, weil das spinnt ein bisschen rum, weil das nicht so fest drin sitzt. Bei dem Case zumindest. Dann belastet jeden Fall. Ja, das ist Staufleben, gell. So, boah, inegal, ey, ich war auf dem Parkplatz. Scheiße. Kacke. Mann. Oh, mein Tacho geht ja wieder. Das ging in Österreich nicht mehr. Wegen dem scheiß Wasser. Irgendwo Wasser. Im Tacho oder an irgendeinem Kabel. Das ist immer so eine Sache mit dem Tacho bei der XC. Bei mir war es immer so nach dem Waschen, wenn ich wirklich krass mit dem Dampfstrahl und so, damals als Senduro, geht der Tacho nicht mehr. Ja, aber beim Dufahren lukt das ja nicht. Und ja, bald gehen wir auch wieder nach Österreich in Dufahren und ich sag's euch, das wäre richtig pornös. Also da kommen sowas von geile Videos. Oh, Bunny. Bunny, Bunny. Nee, schwarzes Bunny. Nicht so mein Ding. Ja, ein bisschen die Reifen kaputt machen. Warum auch nicht. Ein bisschen Paramp. Ja, ein bisschen Paramp. Ja, ein bisschen Paramp. Ja, ein bisschen Paramp. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Alter. Was ist das für einer? Wo kommt der jetzt her? Machen wir eine Kolbefresse. Gleich cool. Oh, 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 oh.